Das ist ein Song vom vorletzten Album, das wir 2019 veröffentlicht haben. Das war Diner Mind. Und bei dem Song geht es darum, dass wir uns wieder auf unsere inneren Stimme besinnen können, weil wir dort alle Antworten für uns bekommen, die für uns relevant sind. Und außerdem, dass es nicht immer gröner ist auf der anderen Seite. Und die andere 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 Seite. Oh!